Bokadi32 ist wieder da, nach langer Zeit mache ich mal meine HSV Karriere weiter. Wurde wirklich mal wieder Zeit, also lange lange ist her gefühlt. Jahrzehnt? Nein, aber jetzt langsam sollte es wieder laufen. Nein, und ich hatte kein Corona. Ich habe auch normales Leben noch, anstatt nur zocken. Ne, ich lasse sie auch schon so. Tadaa, und los geht's, let's do it. Viertelfinale ist das, ne? Viertelfinale, glaube ich. Gegen Gladbach. Yay. Jetzt, am kommenden Wochenende, läuft ja auch die normale Bundesliga wieder an. Mal sehen hier. Wie ich denn so spiele. Na, wir stehen kurz vorm Sommer. Boah, ich kann das hoffentlich noch. Es gibt mir ein bisschen zu schnell hier gerade. Oh. Kettel. Oh. Hätte ja was werden können. Na, bietet sich eine an hier. Oh. Was war das denn? Ja, egal, ob Ball besitzt oder nicht. Da kommt er nicht hinterher. Oh. Keine Chance. Ich glaube, mein erstes Spiel nach langer Zeit ging Gladbach gleich. Das ist im Grunde eigentlich ein Fehler. Jetzt machen die ein Spiel. Nach shown in den nächsten 1, ist pour votre Komponence in here,4 des Partes ohっ. Wie ihr희분benbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenben fidelity. Lauf Amici Was für ein Tor Das sah gut aus Schöne Flanke Wahnsinn Außer Luft angenommen Da war noch ein bisschen Glück dabei Aber 1-1 Oh, schade Hätte ja was werden können Oh, 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 oh Das war doch kein Abseits, der stand auch am Pfosten, oder nicht? Das ist kein Abseits, da steht doch noch einer am Pfosten Wie kann das Abseits sein? Sieht das... Ah, das ist doch nicht normal Ganz klar kein Abseits gewesen Wie noch so eine klassische Fehlentscheidung Wäre der drinnen gewesen? Da, keine Chance für den Torwart Jetzt habe ich geschlafen Da müssen sie auch nachkommen Da, keine Chance für den Torwart Da, keine Chance für den Torwart Ich habe schon mal da den Rückschatten jetzt hier aufgeholt Und so schlecht spiele ich ja nicht Außer ich kriege jetzt gleich das 3-1 Aber klar, dass er nach unten geht Das ist nicht schön Attacke Und da sprintet er wieder von der Herrmann Kommt Leibold Oh, oh Das ist doch nicht dein Ernst Hinterseher, lauf Lauf, Hinterseher Ja, mach jetzt Soma Das ist doch nicht dein Ernst Komm Amici, verraschst du alle. Oh Mann. Na kommt. Ah, Harnik. Was machen die da? Der geht ins Haus. Schade. Schade. Und da werde ich knallhart ausgespielt, oh oh, und das ist kein Abseitswahl. Ah, 2-2 Harnik. Wahnsinn, das Spiel bringt einen ja fast um. Oh, nicht in Wirklichkeit. Ich brauche nur einmal den Ballen auf vorne preschen. Oh, Keeper Hinder! Oh, Harniklauf. Wenn das... Oh, Wahnsinn, ey! Oh, ich dreh das Spiel noch, ey! Wahnsinn, noch geschafft zum Ende hin. Ja, das kann wirklich was werden. Gutes Spiel. Spannend bis zum Ende. Wahnsinn, Bayern hat gegen Bremen gewonnen. Ich bin im Halbfinale. Das reicht. Oh, Ewe. Na gut. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Man sieht sich beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.